Norddeutscher Rundfunk 2021 So wie ausschaut wird das Spiel abgelaufen. Und wir sind bis da gekommen, dann wollen wir auch 3.0 am Tisch, wenn das so ist. Was passiert? Verhandlungen? Ich glaube wir wollen das absagen. Sind wir jetzt umsonst gekommen? Wieso? Wegen dem Wetter? Ich glaube das Licht funktioniert nicht. Was ist jetzt? Ja? Ja wird abgesagt oder was? Ja? Bitte? Wieso? Lüft ja. Lüft ja. Lüft ja. Lüft ja? Lüft ja? Aber es geht ja auch nicht. Aber es geht ja auch nicht. Aber es geht ja auch nicht. Aber es geht nicht. Und es geht ja auch nicht. Oh, es geht ja nicht. Das ist ja auch nicht. Aber es geht ja nicht. Also wir sind schon in der Zeit. Jetzt geht ja auch. Jetzt ist alles. Ok? Okay, was ist jetzt? Was ist jetzt? Haben wir jetzt gewonnen oder nicht? Die drei Punkte wollen wir schon, ohne Punkte gehen wir nicht nach oben. Also umsonst bin ich sicher nicht da gekommen, naja. Hier gibt es auch Publikum, warum sagen sie uns nichts? Die zahlen uns den Eintritt zurück? Das habe ich auch noch nie erlebt. Na sieht man nichts, dunkel. Ja, der Licht. Wir mussten bis jetzt warten, eine Stunde, halbe Stunde aufwärmen. Warum könnten das nicht vorher sagen? Siehst du was, ich sehe dich nicht. Haben wir jetzt drei Punkte oder nicht? Nachgeholt. Genau. Also, das gibt es nicht. Noch mal herkommen? Yes. Und dann funktioniert wieder das Licht. Wahnsinn. Warum machen dann in der Nacht Rumpfe oder nicht? Warum machen dann in der Nacht Rumpfe oder nicht? Nein, wie ist es? Was? Und jetzt ist es, wie ich hab dazu gemacht! Oh, deine Nacht. Oh, Fassi. Großen. Gatsch. Und jetzt. Das war's. Toll machen die 18.30 Uhr sollte man schon beginnen, ist aber leider nichts geworden, letztgespielt. Es gibt die Zuzonen. Das hier ist genug hier. Es ist genug hier. Ja, dann können wir Kaffee trinken. Keine Ahnung. Aber dort ist nur ein Licht. Sparen, sparen. Energiekrise. Ja. Leider. Gabi, warum? Ich komme immer daher. Wir wollen die drei Punkte. Ja, das ist selber schuld. Wenn sie um die Zeit das Spiel machen und dann noch dazu warten lassen. Die Verhandlungen gehen weiter. Die Trainer sitzen dort am Tisch. Für die drei Punkte kämpfen wir, oder? Muss, gell? Muss, muss, drei Punkte. Ja, ja, ja. Die drei Punkte wollen wir. Wir warten noch da. Schauen wir mal, was passiert. Wo ist der Schiri? Der Schiri hat schon gemeldet. Ja, und? Dann soll der Schiri gleich drei Punkte und das auch? Und nächste Woche will er das mal nachholen. Aber wir haben Weihnachtsfeier. Nein. Sollen die Verhandlungen fertig treiben? Es muss noch vor Weihnachten gespielt werden. Nein. Es muss noch vor Weihnachten gespielt werden. Ja. Wir können nicht mehr. Für uns war das heute der letzte. Ach. Ja. Ja, fertig. Und dann? Nein. 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 Gehen wir. Tschüss. Tschau, tschau, tschau. Tschüss. Bis nächstes Mal. Irgendwann. Das war's. Super gespielt.